was geht ab mit euch leute da steht noch einer hier sagen wir nichts ich hatte gerade nur mal ausprobiert ob die fässer explodieren wenn sie denn auf einen geschmissen werden das funktioniert leider nicht und wir haben wieder ein kontrollpunkt erreicht jawohl und jetzt hier mit dem jeep vollgas ratsch, ratsch, papp, klatsch roms roms und noch mal drüber weil es so schön ist und da steht noch einer platsch und durch die absperrung ach der sack haut vor uns ab kann das na warte so so macht man alien gemüse ausgemacht natürlich a la javu so und dann nehmen wir uns das auto natürlich wieder hat leider keine schadensanzeige das fehlt irgendwie so und brettern jetzt hier mal weiter durch wow wow schaffen wir das wir schaffen das roms machen wir es mal folgendermaßen kommen wir hier nicht irgendwie rein ich will das doch benutzen jetzt hier benutzen das auto kann ich benutzen aber die nicht oder was das ist ja scheiße so Kontrollpunkt erreicht Anzugtyp das finde ich echt cool er schimpft sich den Namen Alcatraz hey Anzugtyp tja dann gehen wir mal auf das Boot zurück zur LZ bewegung bewegung scheiße was ist das landungsschiffe im Anflut wie kommen wir denn jetzt auf das Boot los los da hinten ist der Bus ach du heilige Kacke ach da ist wieder dieser Dicke hier na komm aber hier muss doch irgendwas irgendwas beim Schiff sein kann doch nicht hier irgendwer muss zum Schiff irgendjemand muss zum Schiff und hier ist gar nichts oder was ah hier ist ja doch was was ist das denn das Ding müssen wir aber mal ausprobieren so ich wollte nämlich hier noch die Sachen holen deswegen bin ich mal eben so kurzerhand runtergesprungen das ist nicht so als wenn ich das sonst immer machen würde nie kennt das doch okay auf zum Bus dann wollen wir mal auf zum Bus hallo Charlie Company bei mir sammeln Fahrstuhl aufnehmen und nachladen wir erhalten diese Stellung Zentrale hier ist Chino wir haben es fast geschafft oh man passen Sie auf ich sehe Kampfschiffe die zu Ihnen unterwegs sind verstanden Chino ihr habt ihn gehört bereit machen Leute hey 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 gib mir den Stormer wieder wo kämpfst du mein Freund ja das sagst du wieder nicht Landungsschiffe im Anflug die Stellung halten und alle erledigt das Gebiet muss gesichert werden die Kommande hart wow 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 ups und ist sie kaputt immer noch nicht so ach da ist wieder so ein großer direkt mal unsichtbar gehen ich wollte mir jetzt eigentlich gerade die ganzen Dinger holen na gut probieren wir die Waffe mal aus jetzt auch in sich den Fall aber jetzt brauchen wir erstmal hier diese ganzen Katalysatorenpunkte ja ich sammle doch ja wo ist denn das Problem wir halten doch durch tju roms tju latsch wo ist denn noch wer ja du kommst auch nicht davon so schon wieder mehr uah 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 na die doch auch ach verdammt nein ich hab's gerade gesehen dass ich unter Beschuss war verdammt neun bitte lass ein Savepoint dazwischen gewesen sein Alcatraz ich fürchte durch die Eskalation der Ereignisse entgleitet mir das Ganze ihr Anzug arbeitet jetzt an der Spore gibt ihr auf Nanoebene eine neue Funktion baut eine biologische Brücke zwischen unserer Technologie und der der SEF aber wir brauchen mehr Zeit gehen sie mit den Marines und tun sie was sie können ich habe sie nicht im Stich gelassen Alcatraz aber wir müssen jetzt alle kämpfen wenn wir erfolgreich sein wollen okay kämpfen wir so diesmal hier oben und dann kacken wir jetzt halt mal ein bisschen auf diese Punkte versuchen von hier oben die ersten mal wegzuholen da haben wir schon mal eingekillt da hinten ist noch wer na ich sehe gerade nichts da oben da hinten ist auch noch irgendwo einer ah da ah da springt er doch so die nächsten killen wir mit dem Teil hier die müssen wir aber wieder auspacken die müssen wir nämlich mal eben auswechseln wo haben wir ach hier war doch irgendwo der Swarm ah ne das war ja eine dritte Waffe wir brauchen eine andere Waffe verdammt da da kann sie knicken wir sind unterwegs ja ja das beide wissen wir doch als nächstes kommt der hier da bau 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 und da ist noch einer Flatsch! Da sieht man richtig, die Aliens zerfetzen. Und den haben wir auch erwischt. Tja, schade um die ganzen Punkte, die da unten jetzt rumliegen und verschwinden. Aber was wollen wir machen? Und hier können wir erstmal mit dem MG den Ersten ausschalten. So. Hier war doch noch irgendwo einer. Ha! Hat der wie so ein richtig cooler Typ einfach mal über den Kopf hinweg die ganze Zeit geschossen. Wo ist denn noch wer? Was? Nein! Nicht nochmal schweren, sterben! Ach, das ist so einer. Ah! Okay. Nimm dies! Runter! Runter! So. Okay. Hochjagen! Ach komm! Dreh halt einfach bei! Na komm! Bleib stehen! Puff! Das war echt knapp. Na wo ist es denn? Da! Und jetzt noch ein. Rums! Die können wir lenken. Wie cool ist das denn? Gerade gemerkt. Okay, okay. Ja, wir bewegen uns ja schon. Wir sind ja schon auf dem Weg, Kollege. Hoppsa! Hi! Alles fit? Schön, dass Sie es geschafft haben. Los! Absch! gammaächen, drs- sch drs- drs- Untertitelung des ZDF, 2020